Neue Woche, neues Glück, doch manch einem Gastronomen fehlt die Geschmacksexplosion. Ich hab das indische Flair-Aroma komplett vermisst. Das ist nicht das einzige Problem in dieser Woche. Ich brauch noch ein bisschen, um in dieser Küche anzukommen. Auch gewürztechnisch liegt einiges im Aden. Da kriegt er eine ganz schöne Packung, der gerade serviert. Dann gibt's auch noch Schnitzel à la Schuhsohle. Sein Schnitzel war zart und mein Schnitzel ist leider nicht. Und zwar gar nicht. Und dann ist da noch die erotische Komponente. Ich finde diesen Teller weniger sexy als meinen Teller, den ich hatte, muss ich ganz klar sagen. Gina findet ein verhasstes Gemüse in der Soße. Ich mag überhaupt keine warme Avocado, sondern ich konnte es halt auf der Speisekarte nicht finden. Bis zum nächsten Mal.